Ihr fahrt ein Leasingfahrzeug? Dann ist dieses Video interessant für euch. Hier meine Tipps bei einem unverschuldeten Unfall mit einem Leasingfahrzeug. Erstens, ihr solltet am Unfallort immer die Polizei verständigen und den Unfall polizeilich aufnehmen lassen. Zweitens, auch bei geklärter Schuldfrage immer einen Anwalt einschalten. Bei der Abwicklung von Verkehrsunfällen lauern viele Gefahren. Gerade bei Unfällen mit Leasingfahrzeugen gibt es einiges mehr zu beachten. Wenn ihr keinen Anwalt einschaltet, müsst ihr die Abwicklung selbst übernehmen und folgendes beachten. In den meisten Leasingverträgen ist geregelt, dass nicht die Leasinggesellschaft, sondern ihr die Unfallabwicklung übernehmen müsst. Das heißt, ihr solltet einen unabhängigen Sachverständigen beauftragen. Bei einem Reparaturschaden muss eine sach- und fachgerechte Reparatur in einer Markenwerkstatt erfolgen. Eine mögliche Wertminderung muss an die Leasinggesellschaft gezahlt werden. Bei höheren Reparaturkosten, in der Regel, wenn die Reparaturkosten mindestens 60% des Wiederbeschaffungswertes erreichen, kann es sein, dass ihr eine Freigabe von der Leasinggesellschaft für die Reparatur einholen müsst, bevor eine Reparatur erfolgen darf. Bei einem Totalschaden endet der Leasingvertrag und wird abgewickelt. Die Veräußerung des verunfallten Fahrzeuges übernimmt die Leasinggesellschaft. Die Schlussabrechnung der Leasinggesellschaft solltet ihr unbedingt kontrollieren und gegebenenfalls eure GAP-Versicherung einschalten. Was eine GAP-Versicherung ist und wann man diese einschalten muss, habe ich in einem anderen Video erklärt. Mein Ergebnis für euch, Unfall, Anwalt einschalten. Bei Leasingfahrzeugen ist das aus meiner Sicht zwingend erforderlich.